Yoga Alles was wir in einem achtsamen Licht tun, kann als Yoga bezeichnet werden. Yoga schafft Räume. Yoga schafft Räume, die im Alltagsstress und der Hektik verloren gehen. Yoga schafft außerdem Räume, sich zu entspannen und Räume, um neue Kraft zu tanken. Wir haben vergessen, dass es ums Glücklichsein geht. Wir haben vergessen, was es heißt, sich zu entspannen, Pause zu machen, sich wohlzufühlen. Mit den Klassen im Terra Yoga Park und im Raumer Museum schaffe ich Räume des Rückzugs. Zeit, um aufzutanken, den Alltag für kurze Zeit zu stoppen und einzuatmen. Die Magie des Yogas besteht nicht darin, den Körper zu dehnen. Die wahre Magie des Yogas besteht darin, in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben. In schwierigen Situationen gelassen der Umwelt gegenüber zu treten. Mit mir Yoga zu praktizieren bedeutet, eine Reise bei dir zu starten, die dich in einem neuen und in einem anderen Licht zurücklässt. Komfort-Bite. Namaste.